Hallo, mein Name ist Eva Güte. Herzlich willkommen zu den EZ News für Deutschland, Österreich und die Schweiz. EZ Deutschland GmbH kooperiert mit der Karlsberg Brauerei. Seit Ende April überrascht EZ als Partner der Karlsberg Brauerei. Mixery Fans können in Online-Auktionen neben Jahreslizenzen der EZ Multi-Device Security für drei Geräte, die brandneue EZ Mobile Security ersteigern. EZ stellt außerdem Smartphones, Tablets und Playstation 4 zur Verfügung. Auf zwei Millionen Mixery Six-Packs und über sechs Millionen Mixery-Dosen findet ihr Codes, die ihr gegen sogenannte X-Credits umtauschen könnt. Und damit kann dann im X-Locator um die begehrten EZ-Prämien gesteigert werden. Neue EZ Mobile Security 3 setzt Maßstäbe. Seit dem 15. Mai hat EZ sein neues Schutzpaket für Smartphones und Tablets auf dem Markt. Es schützt zuverlässig gegen Hacking und Datenklau, ohne das System zu verlangsamen. Mit der Anti-Diebstahls-Funktion könnt ihr euer Telefon orten, wiederfinden oder dem Finder eine Nachricht senden. Auch die Fernlöschung aller Daten per SMS ist möglich. Die App ist im Google Play Store kostenlos erhältlich. Die App ist im Google Play Store kostenlos erhältlich. Untertitelung des ZDF, 2020